Ich mache meine Ausbildung als Fachkraft im Fahrbetrieb beim Jenaer Nahverkehr. Ich absolviere eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau bei Jena Wohnen. Ich mache die Ausbildung als Restaurantfachmann bei der Jenaer Bädergesellschaft. Ich bin als kleines Kind immer schon bei meinem Papa mitgefahren und habe dadurch Gefallen an dem Beruf gefunden. Ich habe mich für die Ausbildung zur Immobilienkauffrau entschieden, weil er so facettenreich ist. Von der Wohnungsbesichtigung, der Mieterbetreuung bis hin zur Teilnahme am Bauberatung ist alles mit dabei. Für die Ausbildung entschieden habe ich mich, weil ich den Umgang mit Menschen wesentlich mehr mag als irgendwelche Einzelarbeiten, zum Beispiel am Schreibtisch. Man hört vom Jenaer Nahverkehr nur Gutes und hat hier auch die Chance auf mehr. Ich habe mich für Jenaer Wohnen entschieden, weil es in meinen Augen ein wachstumsstarkes und zudem Thüringens größtes Wohnungsunternehmen ist. Für die Jenaer Bädergesellschaft habe ich mich entschieden, weil sie viele verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel Barküche und Gastronomie anbieten. Für die Jenaer Bädergesellschaft